Ich glaube, ich gehe nachmittags raus. Oder hätte ich abends rausgehen sollen? Ich glaube, ich gehe abends raus. Ich habe das Gefühl, Käfer sind abends mehr unterwegs. Keine Ahnung wieso. Gebetseffekte haben nachgelassen. Ach so, das ist also nur aktiv und nicht bis ich wieder zurückgehe. Ok. Ja, die mögen keine Menschen, ich glaube, ich bin ein Käfer. Dunkelheit. Let's go Poki, mb Poki, wir müssen das Käfer suchen. Ups. Sandlikaka. Da ist noch ein bisschen Honig, aber ich glaube, das kann halt auch nicht scheiden. Ich glaube, es ist ein. Ich glaube, es ist ein. Doi, doi. Möglicherweise bin ich auch schon ein bisschen müde. Was Blödes. Gute Nacht, Frau Loni. Schön, dass du da gewesen bist. Schlaf gut und träum was Süßes. Pilze, Kräuter. But I need Käfer. Da liegt wieder irgendwas anderes. Fallengerät. Pilze. 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 Eisenerz. Was haben wir hier? Nitropilz. Noch ein bisschen Honig an. Nein, Königshonig. Klingt noch krass. Oh, was ist das denn? Der sieht anders aus. Ach, das ist der Nebenquestbau. Okay. Was können wir machen, bitte nochmal? Was können wir tun? Ja, mach's. Verdammte Jugendliche. Äh. 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 Was müssen wir wirklich machen? Am Samstag um 22.36 Uhr noch Party machen. Gibt's doch nicht. Ich seh' ich gar keine Käfer nirgends. Wo wollen die denn ins Bett gehen, ne, wenn die da jetzt noch sitzen und so feiern? Ah, das ist ne gute Frage. Wir machen aber auch nicht mehr so lange Geld. Oder bist du noch nicht wieder? Ja, das geht doch nicht so. Was dir du gerade übergegeben hast? Das geht doch nicht so. Das geht doch nicht so. Weil mein Gehirn ist Sauerstoff. Da kann ja nicht jeder und sonst wird reißlich immer schon schädig werden, Maxi. Na ja. Da kann man erzählen. Ist das Tabertum gewesen? Ja. Ich erzähle mit dem Tabertum eine Geschichte, die es wirklich war. Ja, was ist denn eine Geschichte? Ja, keine Ahnung. Vielleicht fällt dir was ein. Ich hab letztens mit Chat, ich hab letztens jemandem gezeigt, wie gut ChatGPT funktioniert. Und hab ihm dann eine Geschichte schreiben lassen. Und die ist so verrührend gewesen. Könntest du es so machen? Maxi? Hm? Du spielst uns noch ein bisschen und ich lese die Geschichte von ChatGPT. Ich hab ihn gefragt. Schreib mir eine Geschichte über die Geschichte. Ich hab ihn gefragt. Schreib mir eine Geschichte über die Geschichte. eine fette Katze, die gerne von Bäumen fällt im mittelalterlichen Stil. ChatGPT hat gesagt. Es war einmal in einem idyllischen mittelalterlichen Dorf namens Futterburg. Eine besonderes, ungewöhnliche Katze namens Bartholomäus. Bartholomäus war bekannt für seine außergewöhnliche Leidenschaft, das Herunterfallen von Bäumen. Ich liebe Bartholomäus. Bartholomäus war eine gewöhnliche Katze, war keine gewöhnliche Katze. Er war wahrhaftig prächtig und außergewöhnlich rundlich. Sein Fell war so schwarz wie die tiefste Nacht und seine Augen schimmerten wie es magte. Doch sein wahres Talent zeigte sich erst, wenn er in der Nähe eines stattlichen alten Baumes war. Die Bewohner von Futterburg hatten nie zuvor eine Katze gesehen, die so begierig darauf war, Bäume zu erklimmen, nur um dann elegant und majestätisch herunterzufallen. Bartholomäus schien die Höhe der Bäume zu lieben, nicht aus Neugiere, sondern aus purer Freude am Fall. Im gesamten Dorf erbreitete sich der Ruf von Bartholomäus schnell und die Menschen versammelten sich regelmäßig, um das Schauspiel zu bewundern. Bartholomäus wurde zur Hauptattraktion des Dorfes und fand sich oft auf den Schultern von Kindern, die ihm dabei halfen, die Bäume zu erklimmen. Eines Tages, als Bartholomäus auf einem besonders imposanten Baumgipfel saß, tauchte ein mysteriöser Besucher im Dorf. Es war ein Wanderer in altertümlicher Kleidung, der sich als Magier vorstellte. Er behauptete die Fähigkeit zu besuchen Bartholomäus zu helfen, seine Leidenschaft für das Herunterfallen von Bäumen zu perfektionieren. Die Dorfbewohner waren neugierig und willigten ein, den Magier zu beobachten, wie er einen Zauber auf Bartholomäus lebte. Der Magier sprach geheimnisvolle Worte und wedelte mit seinem Zauberstab. Sofort stieg Bartholomäus höher und höher auf den Baum, bis er fast den Himmel zu berühren schien. Dann geschah etwas Unerwartetes. Statt herunterzufallen, begann Bartholomäus zu schweben, als wäre er eine Feder. Das Dorf staunte über dieses wundersame Schauspiel und applaudierte den Magier für seine beeindruckende Vorfälle. Bartholomäus schwebte eine Weile über dem Dorf und die Menschen betrachteten ihn mit Staunen. Schließlich landete er sanft auf dem Boden und sah zufrieden aus. Er hatte seine Leidenschaft für das Herunterfallen von Bäumen auf die schönste Art und Weise verwirklicht. Von diesem Tag an wurde Bartholomäus als die schwebende Katze von Futterburg bekannt. Er wurde noch berühmter und geliebter und das Dorf feierte seine außergewöhnliche Gabe, die ihm der geheimnisvolle Magier verliehen hatte. Die schwebende Katze brachte Freude und Staunen in das mittelalterliche Dorf Futterburg und lehrte die Menschen, dass auch ungewöhnliche Leidenschaften und Talente geschätzt werden sollten. Ich habe geschrieben, schreib es, als hätte es jemand im 13. Jahrhundert verpasst. Es begab sich im Jahr des Herrn 1213 in dem beschaulichen mittelalterlichen Dorf Futterburg, das eine ungewöhnliche Kreatur das Interesse und die Faszination der Dorfbewohner auf sich zog. Diese Kreatur war keine geringere als Bartholomäus, eine Katze von bemerkenswerter Fülle und außergewöhnlichen Neigungen, dem Herabstürzen von Bäumen. Bartholomäus war kein gewöhnlicher Kater. Sein Fell war so schwarz wie die tiefste Nacht und seine Augen glänzten wie kostbares Barakte. Doch seine wahre Leidenschaft zeigte sich, wenn er in die Nähe eines prächtigen alten Baumes kam. Das Dorf Futterburg war nie Zeuge einer derartigen Katze gewesen, die einzig und allein danach strebte, Bäume zu erklimmen, nur um auf elegante und majestätische Weise herabzufallen. Bartholomäus schien die Höhe der Bäume zu lieben, nicht aus Neugier, sondern aus purer Freude am Fall. Das Gerücht von Bartholomäus' seltsamen Talenten verbreitete sich rasch im ganzen Dorffeld und die Bewohner versammelten sich in Scharen, um dieses außergewöhnliche Schauspiel zu bestaunen. Die Katze wurde zur Hauptrefaktion von Futterburg und fand sich oft auf den Schultern von Kindern wieder, die ihre halten, die Bäume zu erklimmen. Eines Tages, als Bartholomäus auf dem höchsten Gipfel eines mächtigen Baumes saß, erschien ein rätselhafter Wanderer im Dorfe. Er trug altehrwürdige Gewänder und gab sich als Magier zu erkennen. Der Magier behauptete, die Gabe zu besitzen Bartholomäus in seiner Leidenschaft für das Herabstürzen von Bäumen zu vervollkommenen. Die neugierigen Dorfbewohner stimmten zu und beobachteten, wie der Magier einen zauberhaften Spruch auf Bartholomäus anwandte. Er sprach geheimnisvolle Worte und führte seinen Zauberstab in kundvollen Bewegungen. Plötzlich erhob sich Bartholomäus höher und höher, fast bis an die Pforten des Himmels. Doch anstatt herabzufallen, begann Bartholomäus zu schweben, als sei er eine leichte Feder im Wind. Das Dorf war von diesem wundersamen Anblick überwältigt und applaudierte dem Magier für seine erstaunliche Darbietung. Bartholomäus schwebte eine Weile über dem Dorf und die Menschen staunten mit Ehrfurcht und Verwunderung. Schließlich landete er sanft auf dem Boden und sah zufrieden aus. Er hatte seine Leidenschaft für das Herabstürzen von Bäumen auf die herrlichste Weise verwendet. Von jenem Tage an wurde Bartholomäus als die schwebende Katze von Furterburg bekannt. Seine Berühmtheit wuchs noch mehr und das Dorf feierte seine außergewöhnliche Gabel, die ihm der geheimnisvolle Magier verliehen hatte. Die schwebende Katze brachte Freude und Staunen in das mittelalterliche Dorf Furterburg und wehrte die Menschen, dass auch außergewöhnliche Leidenschaften und Talente ihre Ehre gehalten haben, in Ehre gehalten werden sollte. Schon gemerkt, dass es Hülle burned. Mach es als Minigesang. Im Jahr des Herrn, im 12... 12... Hier steht einfach 12.113. Jahr. Im 12.113. Jahr in Furterburg ein Dorf so klein und klar. Da lebte eine Katze, Bartholomäus genannt, mit felsisch schwarz, wie die finstere Nacht bekannt. Doch seine Seele brannte hell und voller Pracht für eine Leidenschaft, die er zur Schau gebracht. Das Herabstürzen von Bäumen, das war sein Glück. Er sprang hinauf, dann fiel er auf ein himmlischer Blick. Die Menschen in Furterburg kamen zusammen, um Bartholomäus Kunst zu bestaunen, ohne zu flammen. Er wurde zur Attraktion, die allen gefiel. Ein Königreich des Himmels. Sein Fall war Sophie. Doch eines Tages kam ein Magier so geheimnisvoll. In seinem alten Gewand. Es war nicht normal. Er sprach von einem Zauber, den er auf ihn legt. Bartholomäus schwebt in die Höhe. Er bewegt. Der Katze so füllig gelang ein neues Kunststück. Sie schwebte in der Luft, wie ein Federnstück. Hier. Und hier rennt sie es nicht mehr. Dann habe ich geschrieben. Es war ein finsteres Jahr im grauenvollen Jahre 1213 in dem düsteren Dörfchen Futterburg, als eine furchterregende Kreatur namens Bartholomäus das Interesse der ahnungslosen Dörfbewohner weckte. Dieses Wesen, kein gewöhnlicher Kater, trug ein Fell so schwarz wie die schreckliche Dunkelheit selbst und seine Augen glitzerten wie bösartiges Marag. Doch sein seltsames Verlangen offenbarte sich nur, wenn er in der Nähe der mächtigen, uralten Bäume verwalte. Gut. Dann habe ich es geschrieben. Dann habe ich gesagt, er soll mich sieben gegengeschreiben. Dann habe ich gesagt... Der one-shottet mich. Wer? Der Paul Lomo hat mich gewone-shottet. Dreimal. Zweimal. Weg. Weg nochmal. Weg nochmal. Dann habe ich gesagt, er soll einen unvorhersehbaren Plot Twist einbauen. Die Namen Monster sind Hardcore Nebenquests. Die sind nicht für jetzt. Mhm. Gut zu wissen. Danke, Sebastian. fahrt am limit ich glaube ich war gar nicht so schlecht jedenfalls habe ich dir gesagt bauern also wenn in der quest schwer dabei steht nicht steht nicht dabei doch schwer treiben der ballon weiter runter weiter runter ich glaube aber es war nicht besser ich habe jetzt nicht was geschafft hast du das leben vom gegner gesehen habe ich nicht gesehen dann habe ich ihm gesagt hier und jetzt macht das bartholomeus eigentlich ein böser kobold ist dann hat der geschichte so geschrieben dann habe ich schieben und jetzt baue ufos ein dann habe ich geschrieben und jetzt bau schneewittchen ein dann hat das schneewittchen eingebaut und dann habe ich schieben und jetzt macht das superman eine dritte projekte und bildet dann hat er das gemacht und dann habe ich geschrieben wo ist jetzt schneewittchen weil einfach schneewittchen nicht mehr erwähnt hat und ich meine what the fuck was passiert mit schneewittchen das müssen wir dann auch wissen dann hat das superman wieder vergessen dann habe ich gesagt er soll politik mit einbauen und dann sollte es im stil von orwell schreiben und dann habe ich gesagt dass wir die true crime druck schreiben und der leute ich die fortsetzung also ist es schon sehr interessant geworden vor allem die ganzen aktionen zwischen den ufos den aliens bartholomeus der fette karte dann hat der zauberer auf einmal in den namen gehabt und dann habe ich geschrieben mach als mach es als liebesgeschichte zwischen marlo und bartholomeus und dann ging es darum dass der zauberer sich in die katze verliebt hat und was das mit schneewittchen den ufos und superman dann hat er die wieder eingebaut ja warum nicht guten abgames was geht ab schön dass du da bist wie war dein tag ich wollte noch hallo sagen jo war cool mit der kleinen unterwegs und abends habe ich die geredet super tag klingt echt nach einem super tag das ist ja wunderbar schön games dann hallo freut mich dass ihr so einen schönen tag hattet und story durch nee nicht so ganz wir sind jetzt auf der zweiten insel haben mbp cookie also mbp cookie 0 und haben wir jetzt gerade mit paulo stress gehabt bei uns gab es halt brotzeit aber nicht irgendwelche brotzeit wir hatten ofen käse eine sekunde war es noch die kkk ich weiß ich weiß das ist Oh mein Gott! Du willst auch über dein Vater hören, nicht wahr? Von einem sehr junger Zeit, Red war ziemlich populär mit den Villagers. Sie alle wollten mit ihm spenden. Obwohl ich ihm nicht sehr interessiert habe. Für einen ungewöhnlichen Grund, er hat mich immer wieder gefühlt. Hey, warte mal, Alwyn! Oh mein Gott, Gott, Gott. Du und dein kleines Entourage sind wirklich auf meine Nerven. Komm schon, ich will nur... Oh! Ouch! Huh? Ein Monster! Warte mal, ich weiß nicht. Oh! Oh! Over here!